Das hättest nicht geplant, aber nicht. Äh... Man ist ja schnell unterwegs. Die Spinnen sind auch nicht gerade langsam. Das ist alles ein bisschen zu schnell für mich. Ich bin doch schon alt und... 2 AC. 3 AC, hm, schade. Das ist die Spinne ja auch schon tot. Ist ja geil, warum? Kann ich da hoch, hoch? Ist da noch ein... Kann ich dich auch noch kaputt? Nein. Dann eben nicht. Ist hier noch irgendwas, außer... leicht verdienende Erfahrungspunkte. Und vom Himmel fallen der Spinnen. Locked. Moment, war hier nicht irgendwo ein Schlüssel? Oh Gott. Er ist in den FATZ-Range gespielt ohne Webcam. Was? Wer will schon in die FAZ? Soll hier nicht irgendwo ein Schlüssel rumliegen? Ich glaube, es sollte doch hier... War hier nicht ein Schlüssel? Ah... Was ist das doch? Siegler ist revealed. Yes. 5 AC. Wo nimmt ihr jetzt wieder her? Alter, sterb hier mal. Junge... Die halten ja viel zu viel aus. Gut, dass ich nicht gleich meine Hosen gewechselt habe. Das hätte böse enden können. So... Inventar ist schon wieder voll. Ich muss auch so viel mitnehmen. 2 zu 5 Damage können wir mal kurz wegwerfen. So, dann nehmen wir mal die neuen Hosen mit. Weg mit der alten. Hier mit der neuen. ALE auf jeden Fall. 10 Charges ist mir zu wenig. So, was haben wir da noch? 1 zu 3. 2 zu 5. 7 zu 10. Was hat der noch? 10 zu 13. Kannst du mal... Den wohl hier erstmal noch nicht benutzen. Ähm... Was ist denn noch so richtig schön scheiße? 6 zu 8. Tech plus 1. Ich glaube, die 2 da können... Oh, mal... Weg. So, 8 zu 12. Und der hat hier 10, so 16. Uff. Ja, gut. So... Das ist Zuhände. Den möchte ich immer noch nicht benutzen. Ähm... Nein, du sollst das schon nach da oben verschieben. Gut. Ist ja auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch genug Geld, um das zu kaufen. Ab, ab, ab. Lass mal gucken. Nicht, dass ich hier jetzt gleich wieder irgendwo runter falle. Ich kenne mich doch. So... Hallo, du. Nee, reicht nicht. Reicht leider nicht. Leider nein. Kann man nichts machen. Dann mal Eider weiter. Können hier auch Gegner drin? Ja, können sie. 5 AC. Ah, Teg plus 1. Ich kann es nicht mitnehmen. Ich habe nicht den Raum, um es mitzunehmen. Hauptsache noch eine Bombe gefunden, ne? Ja, was zu essen muss ich jetzt aber schon mitnehmen. Öff. Wird langsam ein bisschen schwierig schon wieder. 6 zu 8, 7 zu sehen. Was habe ich denn jetzt getroffen? Ach geil. Ja. So hatte ich mir das vorgestellt. Was zur Hölle? Wieso wieder Richtung der Monarchie? Wieso will ich die Monarchie wieder errichten? Das ist doch damals schon nicht funktioniert. Oh. Wieso? Wieso wieder Richtung der Monarchie? mal runter wäre es schon halb gekillt, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst wenn ich wieder raus gehe und wieder runter, äh, wieder hoch und wieder runter gehe, sind die Gegner wieder da, das wäre toll einfach mal richtig hochleveln einfach mal alle Werte ein bisschen zu absurd, dass wir hochtreiben wenn ich noch eine Fledermaus nein, wieso soll ich davon träumen, die Monarchie wieder herzustellen einmal Weltkrieg reicht doch Moment, das soll ich vielleicht anders umschreiben ich komme jetzt schon ist tot ich glaube es ist tot wie er schaden wir auch mal gut 2 bis 6 äh, das da erst 3 bis 9 und Texpiers ich behalte mal das so gehen wir mal den Käse jetzt einen guten alten Käse, der seit 200 Jahren irgendwo auf dem Boden liegt und schimmelt geil kommst du mal her und dann stirb mal, her komm und sterben mach ich doch auch immer können wir auch mal so freundlich sein, das zurückgeben, oder? jetzt gut, wir haben noch mehr hier einfach zum anderen, da kommt alle dran kein Grund so eine Hektik zu machen schlimm hier alles ich weiß nicht was du willst, wie kommst du darauf, dass ich die Monarchie wieder herstellen will? nein, ach geil, ewig fett Gift ja toll gut das Gift tötet uns ja nicht gut, das Gift tötet uns ja nicht jetzt muss man nur auf meinem Kanal gehen schon geht's abwärts einmal Todesfall der Vernichtung ach, das gibt's doch jetzt nicht ach, da hinten ist ein Drecksvieh das Gift jetzt mal aufhören, danke so die Aufwand daneben zu schießen, dann treffe ich vielleicht mehr also hey, das ist ein Brot so, das war 4 zu 8 Damage hm ach, der Verfassungsschutz der hilft mir ja noch dabei 8 AC ah, da kann ich jetzt nicht mehr Nein sagen können wir das gleich mal auch noch ausrüsten das wäre eine tolle Sache also würde ich aber ein bisschen langsam egal, fette Verteidigung 5 AC Speed Minus 2 ja, werden wir noch langsamer wenn's lau auffällt, dann würdest du mir schneller wirst gut, wenn wir da noch liegen Enchant Armor was macht der denn äh, keine Ahnung ich bin aber dauerhaft zu sein hat der irgendwie meine Werte erhöht äh, Amor Class 29 könnte sein außerdem hat der Verfassungsschutz doch genug damit zu tun, die MPD am Laufen zu halten oh, Steak oh, Steak oh, Steak erst mal Steal Sword Fire ja so ist hier so ein Kackwurm ach, 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 ach ich glaub es nicht Schnauze jetzt da vorne mal 5 zu 8 Damage 5 zu 8 5 zu 8 ich bin mal weg und im nächsten Mal ach, Moment, ich hätte ja noch mehr Hätte ich gar nicht wegwerfen ach, ich finde bestimmt noch mehr Waffen angeblich finden wir ja in dem Spiel mal 2-3 Waffen, hab ich gehört oh Gott leckt mich Leute 4 AC was hast du so 6 AC ok äh ich muss den Stab erst mal wegwerfen jetzt ähm ist ja schon impidiert ohne V-Männer ok wieso gibt es da noch was anderes als V-Männer ne ist wahrscheinlich so ein Ei ein Typen der eingetreten ist weil er dachte das wäre wirklich eine richtige Partei und nicht nur der Verfassungsschutz ok ist hier noch jemand nein, gut genauso leer wie beim Chat ah da texte so ich mach mal noch mehr Schaden komm ich mach nur Schaden und wenn kein Schaden nahe ist, Verteiligung so bis ich alles mit einem Treffer töte und dann ist Bosszeit angesagt und dann treffe ich einmal dann hab ich gewonnen äh jetzt geht da muss es hin hier denn sag mal ganze Höhle wohl Amulet of Protection Amulet of Protection 5 AC und Fragezeichen 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 und dann Profit äh Moment sterbe er sterbe er sterbe er sterbe er sterbe er sterbe er nichts Neues im Chat nicht gut einfach mal nichts im Chat schreiben das ist immer gut weil viel mehr Zeit mehr Zeug zu spenden ja so mal links gehen das leuchtet da unten so komisch das da ist tot das Vieh ist das tot das Vieh sieht ziemlich tot aus ja es ist tot glaube ich ja dann ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen jagen ach ok äh Schrott und jetzt noch das andere Ding wie es ein Visier bekomme na also so schön vorsichtig Meter für Meter dann sterben die schon irgendwann mal alle so und noch mehr schaden wenn ich das alles mit einem Schlag tönen kann 1-3 Eis ja Tech-3 ist halt auch nicht so geil ist halt auch nicht so geil ne aber ich habe hier noch 2-4 ne aber Attack-3 ah ne das muss schon Attack muss hoch sein da ist das Vieh das wir schon gegrillt haben hm was haben wir denn hier noch so zäun hinten ist noch ein Zombie ein Zombies der ist so ein bisschen gehirn da haben wir noch ein Zombies zum bis zum Morgengrauen äh 8-11 ich habe hier noch 7-10 ja ne ne nicht das gute Ale das wollen wir schon zum Schlucken aufheben hm ich könnte den schnellen Weg nach unten nehmen hm wieso haben die Springerstiefel von der NPD neuen Unterschlupf gefunden verstehe ich nicht die VU ist doch nicht neu hm jetzt noch ein bisschen Speed und alles wäre gut also die Droge jetzt nicht In-Game Speed da brauchen wir ja keinen Speed so jetzt soll ich den Sound bei mir mal ein bisschen lauter machen dann würde ich vielleicht die Gegner besser ah nicht ganz so laut jetzt würde ich die Fackeln sehr leuchtlich sehr leuchtlich sehr leuchtend da ist das so hier das ist eine geile Sache äh ach ja richtig der war schlott deswegen habe ich ihn da liegen gelassen ich war überall ja